ja fast schön hallo ist erst mal das spiel start so musstest du mich nicht einladen oder so ich weiß es nicht kann ich dir hier auch scheinen können irgendwie ja verbinde wird es ist ein ding was zu tun was bin hier hallo genau stahl wollten wir herstellen da waren wir uns nicht so ganz einig wie da hat sich offensichtlich schon erledigt mhm das stimmt auf jeden fall ich kann bloß gerade mal überlegen was wir jetzt als nächstes erforschen sollen also entweder automatisierung Fließbänder sind Logistik da können wir halt dann so bessere Fabriken bauen und also quasi die Flüssigkeitsverarbeitungsfabriken oder halt Ölverarbeitungsfabriken oder halt ja eben Logistik schnellere und flexiblere Wege das ja das machen wir glaube ich mal oder naja jetzt ist es passiert ja das haben wir ja gerade schon erforscht ich weiß bloß nicht mehr wie wir Stahl machen konnten wird sich das ja hier oben anbieten ja halt hier wo Kohle und Eisenplatten sind und wir sagen uns ob die weiß nicht wo sie sind aber um die Lichtbögenöfen bemühen naja das stimmt schon ich weiß noch nicht mal wo sie überhaupt sind ich weiß nicht ich weiß nicht Wir haben eine Steinproduktion und machen nichts damit. Bei mir hier oben. Hier oben stehen irgendwie Förderer, die einfach nur ein Förderband voll machen, das voll ist. Also relativ lame. Hier oben stehen. Hier oben stehen. Hier oben stehen. Hier oben stehen. Ich werde eigentlich selber Stahl herstellen, nein hier mal sowas ähnliches wie stein produktion zu starten Nun, Herr, du kannst wiedereuer, ich mache natürlich, das hier mal, wie ich Fischse noch nicht in der Zeit, ich habe dafür gebeten. Ich denke, ein paar Recherchen. Ich habe das hier im Gebeten, ich habe das hier am Ende, das in dem Gebeten habe ich jetzt am Ende zu verabschiedet. Aber ich habe es jetzt nicht selber, das hier im Gebeten. Das erheblicheütte, das macht das auch so drin. mhm, bin ich gerade dabei mhm, bin ich gerade dabei mhm, sie brauchen aber Stahlträger mhm, ja mhm, das Problem an der Aktion ist gerade, ich habe hier hinten einen Erzferder hingestellt, da mein allerletzten Eck irgendwie auf die Kohle drauf geht, da hab ich auf meinem Eisenband ab und zu Kohle drauf bin mir unsicher keine Förderbänder mhm, was war nochmal der Shortcut dafür, dass ich sehen konnte, was in den Kisten ist das ist schön so 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 ach so naja, die funktioniert echt erstaunlicherweise ziemlich gut mhm, okay so 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 Also ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn wir das ganze Ding hier betreiben wollen. Oh, ich habe keine langen Greif von mir. Stimmt nicht verkehrt. 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 Das weiß ich nicht. Okay. Hier gibt es gerade kurz über keinen Strom. Ich habe den Strommasten einfach abgeklemmt. Ich habe es gerade erst wieder angeklemmt. Es war dringend notwendig. Weil ich die Produktion hier angeschlossen habe von Stahl. Ich bin auch gerade am überlegen. Okay. 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 Vielen Dank. Also wir produzieren jetzt Stahl und ich brauche Fließbänder, sehr viele Fließbänder. Ja, da sind noch 300 im Vorrat drin. Da unten ist eine Küste. Aber bei dir habe ich nämlich unten nichts rumgewirkt. Ja, weil es die Wahrheit ist. Und nichts als die Wahrheit. Oh, ich habe keine im Tunnel. Ja, da sind sie. 100 Clowns. Ich meine, ohne Rückgabe borgen. Ich meine, ohne Rückgabe. Ich bin jetzt einfach mal so frei und nehme mir das andere Produktionsband auch noch mit. Das kannst du aber dann einfach wegmachen. Passt. Läuft. Ich bin jetzt auf eine Menge. Hoppla nötig wäre, um das zu reduzieren. Ich möchte hier auch noch irgendwie Kohle. Ja, genau. Ja, genau. Kann man nicht so eine Forstmaschine bauen, die dann einfach den Wald oder wo? favorites. Ich bin jetzt auf ein Stück. Ich bin jetzt auf ein Stück. Okay. ich baue meine produktion jetzt einfach weil dies irgendwie die hat überhaupt keinen hintergrund die produktion steht da jetzt einfach irgendwo 0 jetzt auf jeden fall alles da was ich dafür brauche ich bin noch nicht so wirklich das dabei wahrscheinlich nur in den dingen hier bauen oder und das ist Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.